Das Ergebnis im Freundschaftsspiel gegen Deutschland war natürlich fantastisch. So ein Resultat gegen den Weltmeister. Das hat uns viel Motivation und Selbstvertrauen gegeben. Aber zweimal innerhalb von wenigen Wochen gegen diese Mannschaft zu spielen, ist eine große Herausforderung. Dennoch werden wir unser Bestes geben, um die Deutschen noch einmal zu ärgern. Ich bin überzeugt, wenn wir erneut unser Herz auf den Platz lassen, so wie wir es in den Gruppenspielen getan haben, können wir den Deutschen, die natürlich Favorit sind, einige Probleme machen.